Hallo, Servus bei Monaco, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in Weihnachtsstimmung und das ist mir im Allgäu passiert. Wieso, weshalb, warum? In dieser Folge. Also wir sind hier im Antonia-Haus, das eine ehemalige Krankenniederlassung des Spitalordens der Antonitter war. 1510 fertiggestellt, Baubeginn um 1450. Die einzig erhaltene Vierflügelanlage dieses Ordens, der im Übrigen nicht mehr besteht. Die Füche und die neue Angst haben. Die Leidenschaften um 1550. Die Leidenschaften um 2050. Die Leidenschaften im Auftrag des Dachauks. Die Leidenschaften um 2060. Das Land, die Leidenschaften und Abenteuerung der Z 근�lazen um 30. Guten Morgen in the morning, wieder ist eine Nacht vorbei und natürlich kommt am Ende meines Aufenthalts immer mein Fazit. Ein wunderschönes Haus, es ist wirklich ein Traum, es hat Geschichte, es erzählt etwas, die Zimmer sind individuell liebevoll. Was für Romantika einfach auch, die Küche exzellent, ich meine, kein Wunder, die ist überregional hier auch bekannt. Man ist Fan hier von der Service, herzlich und lieb und ich meine, die Lage hier direkt am Wald, boah, wenn du einen Hund oder was hast, kannst du ihn rausschicken, kannst du ihn durch den Wald jagen, also das ist schon echt geil. Muss aber dennoch zugeben, das Hotel wäre für mich persönlich nichts, mir fehlt einfach so ein bisschen Luxury und Lifestyle, aber jedem sein, ich bin mir sicher, das Hotel hier hat seine Nische, zu der gehöre ich halt einfach nicht. So, auf geht's Koffer packen und weiter geht's zur nächsten Stadt im Allgäu, aber wohin, zeige ich euch natürlich immer erst, lasst euch überraschen, bleibt dran und dann checken wir auch schon morgen wieder im nächsten Hotel ein. Wir sind hier im Deutschen Mutmuseum in Lindenberg in unserer Sonderausstellung Krippen und Hüte weltweit, 80 Krippen aus vier Kontinenten mit vielen behüteten und bemützten Jesuskindern. Usbekistan ist toll, der Josef zeigt nämlich Daumen hoch, was ganz was Besonderes, in den Philippinen liegt ein nackertes Jesuskind drin und in Ruanda zeigt ihnen Ochs und Esel das Fiedle, das hat man sonst in europäischen Krippen auch nicht. Ich bin jetzt hier am Weihnachtsmarkt oder Weihnachtserlebnisdorf Bad Hildelang, leider Gottes bei strahlendem Sonnenschein, also leider, es ist wunderschönes Wetter, aber natürlich wirkt ein Weihnachtsmarkt natürlich im Dunklen viel romantischer, also schauen wir mal, wie es bei Tageslicht heute aussieht. Ich trinke jetzt erstmal eine Feuerzangenbowle auf euch, mit euch und zeige euch jetzt erstmal ein paar wunderschöne Bilder, wie der Weihnachtsmarkt ist, wenn es dunkel ist, richtig schön romantisch, also genießt die Bilder. Tschüss. Guten Morgen in the morning, aufs Füssen, hier herum, wunderschöne Schneelandschaft, es ist so herrlich, wenn man morgens aufsteht und einfach eine so, so eine mit Schnee besteckte Stadt sieht, herrlich. Ansonsten auch zum Hotel, alles tippitoppi, schönes Zimmer, schönes Bad, toller Service, sehr gute Lage, direkt an der Altstadtbeginn, also wer einen Citytrip macht, ist hier genau richtig. Jetzt geht's gleich zum Frühstück und dann geht's auch schon wieder weiter, denn es war die letzte Nacht in meiner Allgäu-Tour und ich bin sowas von in Weihnachtsstimmung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich freue mich jetzt schon direkt auf Weihnachten, was echt selten bei mir ist, also die letzten Jahre, die ich mir vorstelle, so in der Innenstadt, boah, Weihnachten, wer will da schon, ganze Konsumsache, aber echt, gönnt euch das, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich bin mal wieder meiner Zeit voraus, ihr seht hinter mir den noch nicht eröffneten Weihnachtsmarkt, aber wenn ihr das Video seht, dann hat er schon auf, nämlich in der zweiten Dezemberwoche in Füssen. Hallo, ich bin die Stefanie und ihr seid jetzt bei der Trüffelfee in Kaufbeuern im Allgäu und wir werden jetzt gleich ganz viele Trüffel machen. Wer hätte geglaubt, dass Pralinen selber machen so viel Spaß machen kann, aber ich gebe es zu, zu Hause mit Sicherheit nicht. In der Gruppe, so wie wir jetzt gerade eben mit ein bisschen Prosecco, cooler Weihnachtsmusik, macht das mega Spaß. Und das Ergebnis? Ich finde, für meine ersten selbstgemachten Trüffelplanieren kann sich das sehen lassen, oder? Ich hoffe, mein kleiner Ausflug ins Allgäu hat euch genauso in Weihnachtsstimmung versetzt, wie es mich versetzt hat. Ich muss zugeben, so als Münchner Stadtkind tue ich mich ja immer ein bisschen schwer mit der Weihnachtsstimmung. Aber knapp eine Stunde raus, voll Schnee, voll Weihnachtsstimmung, die ganzen Weihnachtsmerke, der Hammer. Also ich bin voll auf Kurs, ich hoffe ihr auch. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, da wirst du Support, das ist kein Mord. Und dort oben habe ich hier ein Video, was euch gefallen könnte, also klickt einfach mal rein. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.